Punschlied Vier Elemente, innig gesellt, Bilden das Leben, bauen die Welt. Presst der Zitrone saftigen Stern, Herb ist des Lebens innerster Kern. Jetzt mit des Zuckers linderndem Saft Zähmet die herbe brennende Kraft. Gießet des Wassers sprudelnden Schwall, Wasser umfänget ruhig das All. Tropfen des Geistes gießet hinein, Leben dem Leben gibt er allein. Ehe es verdüftet, schöpft es schnell, Nur wenn er glühet, labert der Quell. Kein Zweifel, schon seit der Ode an die Freude wissen wir, Schiller ist ein Meister des Trinkliedes. Zu trinken gibt es dieses Mal einen Punsch. Der Begriff Punsch kommt von dem Hindi-Wort Pransch für fünf, weil der Punsch, wie man ihn aus Indien importierte, aus fünf Elementen besteht. Wußte Schiller das nicht? Schiller bereitet seinen Punsch aus vier Elementen. Vier Elemente, innig gesellt, Bilden das Leben, Bauen die Welt. Er spielt damit auf die Vier-Elemente-Lehre an, jene Lehre, die seit der Antike behauptete, dass sich alles Stoffliche auf die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer beziehen lässt. Für Schiller sind die vier Elemente seines Punsches sinnbildlich für das Leben. Presst der Zitrone saftigen Stern. Die aufgeschnittene Zitrone darf wohl wegen ihrer Farbe und ihrer von innen nach außen gerichteten Fasern durchaus mit einem Stern verglichen werden. Herb ist des Lebens innerster Kern. Das Leben besteht in seinem Kern also aus Beschwernissen, Herbheiten, die es zu tragen gilt. Jetzt mit des Zuckers linderndem Saft zähmet die Herbe brennende Kraft. Die Süße des Lebens ist etwas, was ebenso schicksalshaft über uns kommen kann und die Beschwernis ertragen hilft. Gießet des Wassers sprudelnden Schwall, Wasser umfängt ruhig das All. Das ist jetzt kosmologisch ein wenig befremdlich. All wird hier wohl im Sinne von Alles gemeint sein. Wasser ist der Stoff des Lebens schlechthin. Es mag hier für Raum und Zeit stehen, in dem sich das Leben entfaltet. »Tropfen des Geistes gießet hinein, Leben dem Leben gibt er allein.« Der Geist ist im Punsch der Alkohol im Leben, Denken, Lesen, Lernen, künstlerische Betätigung oder Kunstgenuß, also Bildung und Kultur im weitesten Sinne. Erst geistige Betätigung dieser Art macht das Leben eines Menschen zu menschlichem Leben. Darum schrieb Schiller auch den Essay »Die ästhetische Erziehung des Menschen«. »Ehe es verdüftet, schöpft es schnell, nur wenn er glühet, labet der Quell.« Untertitelung des ZDF für funk, 2017 14. 18. 12. 22. 24.